. BTN Santi spricht Klartext, sind er und Liza real ein Paar? Bei Berlin, Tag und Nacht spielen sie das verliebte Epa Leon Hofmann und Milla Brandt. Aber sind die Seriendarsteller und auch privat auf einer Wellenlänge? Mit gemeinsamen Fotos auf Instagram sorgten die beiden immer wieder für turte Gerüchte denn die BTN Fans wünschen sich nichts mehr, als dass die Sub ihr Wirklichkeit wird. . Jetzt legt im Promiflas-Interview die Karten offen auf den Tisch, das geht wirklich mit seiner Kollegin. Promiflas besuchte den berühmten Seifen-Opern-Cast am Set in Berlin. . Auf den Pärchen-Tratsch mit seiner Rollenpartnerin angesprochen, reagiert der gebürtige Sauerländer-Verhalten und stellt klar, wir sind Freunde. . Das ist auch ganz wichtig bei einer so intimen Beziehung, die wir beide führen. Gerade weil sie bei Berlin, Tag und Nacht als Epa agieren, seien gewisse Grenzen zwischen ihnen im Privatleben ganz wichtig. . Wir kommen echt gut miteinander klar und sie ist eine tolle Spielpartnerin, ergänzt. . Doch hat der Serienschnuckel vielleicht längst eine andere Frau an seiner Seite? Das verneint ebenfalls, der smarte Cup-Träger ist seit knapp sieben Monaten Singler und eine Liebelei-Bahne sich aktuell nicht an. . . Von seiner Traumfrau hat der Wahl-Berliner aber eine genaue Vorstellung, sie soll offen und intelligent sein. . Das ist schon wichtig. . Und sie soll nicht größer sein als ich. . 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